Ja, meine Tag-Fünf-Challenge ist, dass ich einen Song spiele, den man laut spielen muss. My Day-Five-Challenge is to play a song that has to be played loud. So I selected something from La La Land and you can guess the title. Ich habe mir was aus La La Land ausgesucht und ihr könnt gerne den Namen des Titels posten hier bei YouTube oder eben bei Facebook, wo ich das ja auch reposte. Heute habe ich einen besonderen Kameramann dabei. Today I have a special cameraman hier, mein Sohn Kocko. Hallo. Sohn Kocko. Sohn Kocko. Sohn Kocko. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020